Oh mein Gott, Spinne ist auf dem Dach! Leute, heute ist das größte aller aufblasbaren Videos. Größer als die Ente, größer als alles. Denn das, was ich heute hab, ist riesig. Deswegen mussten wir auch in diesen Garten hier gehen, weil der Garten von meiner Oma. Lea kommt von der Schule, nämlich hier hin zum Essen. Und der hat unfassbare Angst vor Spinnen. Und als unfassbares Halloween Special hab ich mir gedacht, mach ich jetzt eine riesige XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX groß sein. Es wird schrecklich. Okay meine Freunde, die Spinne ist ready. Achtung. Aber wenn ihr richtig in Gruselstimmung kommen wollt, guckt mal bei Obi vorbei, macht mal mit Obi, ist jetzt die Folge online, wir haben euch eine Gruselfolge gemacht, wo wir Leute von der Straße gefragt haben, ob die in unseren Gruselkeller laufen wollen, wir haben da wirklich kranke Sachen, Judah und ich, da drin versteckt, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, Link ist unten in der Beschreibung, es ist auch immer sehr lustig gewesen, aber passend zum Halloween-Thema, verarsch ich leer noch mit einer riesigen 30-Meter-Spinne. Das ist das Finale, ich habe für alle Aufmerksamkeit mittlerweile schon über 11.000 Euro ausgegeben, die bekommen die nicht geschenkt. Leute, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was wir jetzt machen, komm. Wir werden die Spinne jetzt zum Leben erwecken und ich habe echt ein bisschen Angst, Leute. Achtung, 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, er lebt gleich. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein fucking Gott. Was haben wir getan, Johannes? Sie wird sie kurz zum Leben. Greif das Haus an, greif das Haus an. Oh mein Gott, sie lebt. Ich hoffe, die Spinne frisst mir nicht auf. Ah, Johannes, Johannes. Johannes, Hilfe. Ich bin im Bauch. Ich bin ausgeschissen. Ah, ich bin ausgeschissen. Ich wurde ausgeschissen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen in der Spinne. Lea ist da. Lea, hallo. Hallo. Hörst du schon was? Ja, Luftpumpe. Nein, das sind doch keine Luftpumpe leer. Madame, guck mal, was ist da rechts drin? Das ist eine Spinne, Lea. Eine riesige. Ich esse sie. Die Spinne hat auch noch nicht gegessen. Sie muss nicht essen, Lea. Oh mein Gott, sie wurde wahrscheinlich auch ausgeschissen. Lea. Lea. Ich wurde wieder ausgeschissen. Komm her, Claire, komm her. Mir ist das auch schon passiert. Wir müssen was gegen die Spinne machen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so aggressiv ist. Hast du eine Idee, Lea? Hast du eine Idee, Lea, wie wir die Spinne besiegen können? Ja. Hä? Und hier werden wir alles gehen. Was machst du da, Lea? Was ist das? Schwerter. Ähm. Lass wir gehen. Oh mein Gott, sie hat sich einfach ein Schwert selber jetzt geholt. Oh mein Gott, sie hat ein richtiges Schwert. Oh mein Gott, Lea. Lea, nein. Nein, die Spinne. Scheiße. Äh. Äh. Wow, Flash. Lea, ich hab dich wiederbelebt. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen erstmal reingehen zum besseren Plan überlegen. So, meine Freunde, wir werden die Spinne genau da treffen, wo ihre Schwachstelle ist. Und zwar ihr Kopf, Leute. Ich hab mir extra eine Leiter geholt, damit wir das schaffen. Spinni, keine Sorge, wir machen nichts Schlimmes. Ich glaube, sie merkt nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich schaffe es. Oh mein Gott. Ah. Die Spinne. Oh mein Gott. Ja. Das hat nichts gebracht. Lea, Hilfe. Lea, hol die Leiter, bitte. Hol die Leiter. Lea. Ah. Ah. Scheiße, Lea, wir haben es nicht geschafft. Lass uns kurz ein bisschen warten, uns was alles überlegen. Okay, meine Freunde, wir haben uns jetzt noch weiter was überlegt. Ich bin zu keinem weiter an den Schluss gekommen. Ich glaube, wir müssen einfach Frieden mit der Spinne finden, oder? Wir gehen einfach jetzt zu der Spinne hin und schon mal, was sie macht. Irgendwie kommen auch die ganzen komischen Geräusche aus dem Garten. Oh mein Gott. Was ist, Lea? Guck, guck sie. Ich will nur aufs Hausdach drauf gehen. What the fuck? Oh mein Gott, die Spinne. Wir machen keinen Frieden mit der. Alter, die hat die Leiter geklaut. Spinne hat die Leiter geklaut. Sie will aufs Dach. Die Spinne kann das aufs Dach. Ich kann es dir glauben. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Lea, nimm den Spaten. Zieh sie runter. Zieh sie runter. Zieh sie runter. So. Lea. Ja. Ja. Lea. Lea, Achtung. Ah. Ah. Du wurdest ausgeschissen, oder Lea? Ja, schon wieder. Komm her, Lea. Ich habe auch eine einzige letzte Idee. Lea, ich habe noch einen einzigen letzten Plan. Das hört sich vielleicht ein wenig bescheuert an. Das ist, glaube ich, dann so letzte Schau. Du kannst mal was sagen. Ihr seid so frech zu der. Da müsste dann mal ein bisschen was zu futtern gehen. Moni, bist du bescheuert? Du willst doch nicht der Spinne futtern gehen. Du bist aufgefressen. Du bist das Futter dann nicht. Moni, du bist aufgefressen. Ey, gib der Spinne jetzt mal ein bisschen Futter. Moni, nein, nein, nein. Moni, hör auf, Moni. Ich mach das aber trotzdem. Wo ist die Spinne, wo ist das Maul? Moni, nein, nein, du kannst es nicht machen, Moni. Das mache ich. Moni, du kannst es nicht machen, Moni. Was machst du da? Moni, nein. Moni, nein. Wir sterben, wir sind jetzt sterben. Lea ist nicht mehr da. Moni, die wurde gefressen. Die wurde aufgefressen, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Moni. Hört ihr, sie? Die ist irgendwo. Moni, wo bist du? Zinne, die hat das so gefressen. Die ist so nett und so lieb. Moni, das kann nicht sein. Ihr könnt ein bisschen freundlicher sein. Das kann nicht sein, dass die nett wird. Mensch, die ist so lieb. Moni, ich moe die, nein. Sie ist verrückt geworden. Sie ist verrückt geworden. Lea, komm. Die wird auch so spinnen. Meine Freunde, Moni ist verrückt geworden. Es ist einfach erschrecklich, wirklich ohne Spaß. Ich habe nur noch eine letzte Idee. Und die wollte ich dir eigentlich vorhin präsentieren, als Moni uns gestoppt hat. Was ist, wenn wir die Spinne... ... ... mit einer Spinne verarschen. Ich glaube, du bist auch verrückt geworden. Du bist so dumm. Da ist eine Spinne, die hat doch keine Angst vor Spinnen. Lea, es ist wie ein Elefant, der Angst vor einer Maus hat. Guck dir, wie klein sie ist. Die wird Angst vor der Spinne haben. Die kann die Spinne so nehmen und die ist tot. Lea, die Spinne wird Angst vor der Spinne haben. Ich glaube nicht. Vertrauen, ihr Lea, vertrauen. Hier Leute, ich habe die Spinne. Das wird eh nichts. Wenn sie das sehen wird, Lea, sie wird absolut Angst haben. Wie kann das sein? Oh mein Gott, das hat wirklich geklappt. Lea, was schreist du hier so rum? Was ist passiert? Hä? Die Plan hat geklappt. Siehst du es nicht? Das kann doch gar nicht sein. Die Spinne hatte Angst vor einer Spinne. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Perfekt. Wo ist sie hingelaufen? Wo ist sie? Hast du das, Lea? Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Sie hat sich auf dem Dach versteckt. Oh mein Gott. Die Spinne ist auf dem Dach. Oh mein Gott, die ist gerade runtergefallen. What the fuck? Oh mein Gott. Provozieren. Ey. Bist du verrückt? Ich hatte einen Fensterputzer gerade da. cadell. Hahaha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017